Das ist also der schöne Ort Alojera. Hier wird ganz viel Palmhonig gemacht, Miel de Palma. Hier gibt es wunderbare Landhäuser, die zu vermieten sind. Das macht Nicolas Osorio im Internet zu finden unter www.alojera.net. Hier gibt es verschiedene Bars, verschiedene Wirtschaften, am Strand ein sehr schönes Fischrestaurant, traumhafte Wanderwege, viel Natur. Das ist die Casa Sola mit einem Schwimmbad, finden Sie ebenfalls unter der vorherigen genannten Internetadresse. Traumhaft ruhig geladen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020